Hallo, hier ist Naruto1286, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey, zu Part 363, jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben, und los geht's. Oh, macht er das jetzt auch endlich, cool. Das ist geil, der braucht mich jetzt. Oh, komm her. So, ich hab überhaupt keine Gegner mehr vermischt, oder was wollt ihr jetzt, ich hab gar keine. Ihr könnt fliegen gehen, aber ich hab's auch keine Gegner mehr vermischt, oder was macht ihr denn? Na, mach jetzt hier. Geht mal fliegen, ey. Ja, das ist mal keine Gegner mehr vermischt, oder was macht ihr denn hier? Oh, mal ein Abflug hier. Nein, 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 nein. Und, los geht's hier. aber was ich jetzt richtig geil finde du kannst es durchlaufen und einmal reindrücken was ich so geil finde ich kann jetzt einfach so durchlaufen und einmal drücken springen gleich an ach wirklich dann kommt mal her Ja, ja, vergiss es. Mach mal einen Abflug hier, Alter. Was willst du von mir? Hier. Weg mit euch. Vergiss es, Alter. Vergiss es. Mach einen Abflug, Junge. Weg mit euch. Jetzt fliegt mal weg hier, Alter. So, die schnapp ich mir auch mal hier vorne noch ein bisschen. Weg. Weg. Ja, mach mal einen Abflug hier. Weg. Weg mit euch. 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 Fliegen ist schöner. Pass auf, guck, guck, das mein ich. Bäm. Ja, auffällig. So. Okay. Hm. Ja. Lern mal Fliegen, Alter. Ganz einfach, wenn ich das gemacht habe, ich habe mal einen Speerbuch. So. Was willst du danach? Du lernst erst mal fliegen hier. Ciao. Bleib mal fliegen, Alter. Was willst du, Freundchen? Lern mal, alle fliegen hier, Alter. Was ist denn Britschen hier gerade so? Was willst du? Komm. Ja, jetzt erst mal mal Ruhe. Wir lernen fliegen, Alter. Ach, der Rex Söldner hier wieder. Jetzt taucht doch mal ab, die Biene, der Söldner. Nochmal ein Abflug hier, Alter. So, du hörst auf, mich zu merken, Junge. Hau ab jetzt. Mach'n Abflug, Junge. Ja, 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 schon fällig. Immer hier mit, äh, Ding attackieren, Alter. Was bist du, Kleinpanner? Ja, 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 ja! Mach'n Abflug... Jetzt hab ich doch gut gesehen. Scheiße! Scheiße! Lass auf mich zu nerven, Alter. Komm. Auf. Vergiss es, Alter. Ja, nein, verrennen ruhig, Alter. Auf, komm her. Okay, das lassen wir jetzt und gehen jetzt weiter und gehen gleich zu Sokrates einfach und lassen es jetzt erstmal, weil ich ist ja bekloppt, Alter, und ich glaube, ich muss mit jedem hier, wenn ich mich da auch noch richtig rumladen darf. Und dann hier. Alter! Jetzt hau doch mal ab hier. Okay. Seid ihr schon geflogen? Wo ist dieser blöde Bogen-Schütze, hä? Wo ist dieser trällige Schütze, hä? Da hinten also. Du trälliger Schützenkopf, hier. Weg mit dir. Macht mal einen Abflug, ihr Penner. Ja, warte, ihr werdet gleich mal fliegen, dann glaubt mir. Und zwar jetzt. Alle aufeinander. Hm. Macht mal einen Abflug hier, verdammte Axt, hier, jetzt zau doch mal ab. Nein. Darüber, was weißt du? Na gut, dann kann ich mal wieder einen Abflug gehen. Dann geht noch das Fliegen wieder. Oh, noch wieder sehen. Halt mir hier. Weg. So, schnell gucken. Ja, mach. Den Preis hat ich momentan gern lassen, mir das wird eigentlich auf die Pelle rückt hier. Komm mal ab jetzt hier, Freundchen. Mach doch mal allen weg. Abflug hier, da. Ach, der ist schon mal tot. Cool. So, mein Freund, jetzt komme ich jetzt mal zu dir hierher. Oh, Scheiße. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach, komm. Mach mal einen Abflug hier, mein Freund. Scheiße. 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 Ja, das ist auch mehr. Mann, 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 Mann. Oh, Mann, Mann. So, warte mal auf jetzt hier mit dem ganzen Blödsinn hier. so ich will meine Ruhe haben wir jetzt hier ja, warum reicht es hier das muss gerade sein, so das sollte nur brauche ich nicht ich halte mich langsam echt auf hier jetzt so das war's und jetzt kann ich weitergehen erstmal hier die was das gerade eben für Gemetzel war hier eben die Leute können es einfach nicht die wollen es einfach nicht sein lassen die wollen es einfach nicht ich verstehe es nicht komm jetzt da hoch, mein Freund aha mit euch will ich mich da jetzt nicht anlegen hau ab okay dann werde ich jetzt hier den paar sehen uns im nächsten Part wieder bei einer Route 286 also dann bis gleich schreibt mir in den Kommentar gibt daumen hoch abonniert meinen Kanal das wäre nett danke da würde ich mich sehr drüber freuen und und